Es ist so, dass Mirko und ich uns schon sehr lange kennen und über viele Dinge schon gesprochen haben. Das ist sicherlich mehr als irgendwo so einen guten Tag, auf Wiedersehen oder einen kurzen Smalltalk beim Spiel. Also da gibt es sicherlich schon mehr Verbindungen. Man hat natürlich auch ein bisschen erlebt, wie der andere arbeitet, welche Einschätzung man von den Kollegen dann haben kann. Und ich glaube, dass wir eine ganz gute Einschätzung von dem jeweiligen Partner haben.